Sollen wir uns ja, ne? Aber eigentlich... Wo denn aber? Wo ich wohne, sag ich ja nicht. Aber eigentlich nicht, dass du mich packen kannst. Hä? Aber komm, mich nicht packen, also mit Leuten. Mach diese Mascara nicht. Ich hab nichts Besseres zu tun, als sich packen zu lassen, oder was, Barello? Ja, aber man weiß nie und so, ne? Nein, Mann. Junge, ich bin nicht kriminell. Ich hab mit kriminellen Leuten nichts zu tun. Guck mal. Aber guck mal, du bist mit Engel zusammen, ne? Nicht, dass Menschen das falsch verstehen. Oder ich werde freundschaftlich. Junge, Engel und ich sind... Wenn ich mit Engel zusammen wäre, dann... Also ich würde mich nicht mit allen anderen... Also ich weiß, du bist mein jüngerer Bruder, gell? Ja. So, aber Engel und ich sind nicht mehr zusammen. Aber wenn ich einen Freund hätte, dann würde ich mich sowieso nicht mit dir treffen. Auch wenn es freundschaftlich wäre. Auch freundschaftlich triffst du dich nicht. Würde ich nicht treffen, ne. Wenn ich einen Freund habe. Oh, nicht, Bruder nicht so. Stiefbrüder mäßig. Stiefbruder. Gar nicht, gar nicht. Nein, wenn ich einen Freund habe, nein. Aber ich bin Single so, ich mag dich, ich... Okay, warum habt ihr euch getrennt? Er hat andere Frauen angelangt, ja, in der Disco. Deswegen nur? Ja. Aber nicht das On-Office und wir kommen wieder zusammen. Ich weiß nicht, kann man nicht wissen, aber... Ich habe zu ihm gesagt, er muss ein bisschen weniger trinken und so. Egal was es ist, ich will mit dir freundschaftlich treffen. Nur freundschaftlich. Wallah, was rauchen gehen. Ja, normal. Wo kann man denn was rauchen gehen? Wo man... Wo nicht, äh, wo nicht so viele Menschen sind, gell? Ja, so, so, so... Deep. So, du bisschen Musik hören, bisschen Drake, bisschen, bisschen... Weißt du so? Ich weiß schon. Oder Elieva irgendwie. Elievia, oder wie die heißt. Hören wir ein bisschen. Ja. Aber sie, aber sie... Diese Song. Ja, ja, ich weiß, wo wir hingehen. Leute, ich habe sechs Winds. Oh, hast keine Ahnung. Ja, Mur? Ich weiß, ich weiß. Ja, Mur? Ja. Wie lange soll ich denn noch warten? Wann kommst du? Ja, hast du, hast du Adresse geschickt? Ja, ich hab schon geschickt. Wo denn? Guck, äh, TikTok. Hä? Oh, was... Nee, warum lügst du? Warte, guck mal, guck mal. Wo ist mein zweites Handy? Wo ist mein zweites Handy? Warte mal. Du mich jetzt nicht verarschen. Geh ich dich sonst hobs nehmen. Aber ey, zeig nicht meinen Dings an, ne? Du bist so B. Barilo, ich bin 32 Jahre. Denkst du, ich bin ein kleines Kind? Ich bin 30? 32. Deine Zahlen umgekehrt ist mein Alter. Hey! Oh ja, die lebt. Oh ja, die lebt. Die lebt. Die lebt. Oh, die lebt. Oh, die lebt. Die lebt. Oh, die lebt. Oh, die lebt. Mach die rose. Sehr, danke. Ich hab 26 Rosen. Woher? Ah, okay, Tamar. Ist das weit von dir? Sieben Minuten. Oha, sieben Minuten, Junge. Komm, lass was rumgehen. Wallah. Wallah, ja. Basch... Baschall, Dankeschön. Hausmeister, Dankeschön. Leute. Leute, 26, Allah. Ey. Oder hast du, oder hast du Shisha zu Hause? Ich kann auch bei dir. Hadi Lana, Urdan. Hast du bei mir? Äh, ich mein das nicht weil... Juri, ich mein das nicht weil böse. Wallah. Nein. Also jetzt muss die mal bei mir ziehen, geh? Hä? Du kannst gerne mit meinem Vater Shisha rauchen. Wie wärs ich mal da mit? Er raucht gerne Shisha. Oh, Junge, chill noch mal. Oh, was soll ich mit später machen? Schipass, Schipass. Ach, 18, alle Fuhl. Guck mal, Yamur. Yamur. Ja. Oder hast du Shisha zu Hause? Nein. Ich brauche mit so Shisha. Nimm mit. Und wir können auch bei mir rauchen und so. Nein, ich nehme mit. Dann rauchen wir Maschsee. Gibt es Maschsee? Du kommst doch aus Hannover, weißt du nicht wo Maschsee ist? Ja, aber ist heute diese, wo Leute sich versammeln oder ist ganz normal Maschsee? Ganz normal. Ach so, wegen Danke. Okay. Okay, dann bringt doch nichts. Okay, dann fahr los, fahr los. Worauf wartest du? Ich esse erstmal, ja? Ja, okay. Wie lange dauert mit Essen, mit Trinken, mit? Äh, 15 Minuten, 15, 20 Minuten. Guck mal, ne? Guck mal, ne? Frauen, bevor Frauen sich mit Männern treffen und so, guck mal, ich rede den Namen aller Frauen und so. Ich weiß, dass Frauen das schämen sich zu sagen und so. Frauen, bevor die mit Männern treffen und so, haben die immer so diese, hm, nicht Adrenalin, sondern diese, deren Hormone arbeiten anders, wenn die kurz vortreffen und so, ne? Und die müssen entweder Toilette gegen Kacken oder Dings, ne? Die müssen immer Kacken gegen Frauen. Bei Frauen ist das so. Ich seh dich, wie, ich seh dich noch nicht als Dings. Turi! Turi! Turi, irre, Mann. Leute, keine Chance. Turi, ab der Plus weggekommt, folgen jetzt zurück. Frauen von Nervosität, genau. Frauen müssen immer Kacken gegen. Guck mal, die Frauen fühlen sich angesprochen, die wissen schon. Geh schon Kacken, nicht, dass du, wenn wir uns treffen, da musst du die ganze Zeit furzen. Weil es ist bei Frauen so. Guck mal, ich hab, ich hab's studiert. Es ist bei nichts zu erzählen, aber es halt so. Aber Mello, erstens, guck mal, ne? Ich sag dir eine Sache. Erstens, neben dir würde ich sogar furzen, ja? Weil ich dich so als Bruder sehe. Ja? Ja. Deswegen ja, ne, Kacken, Macken, ich muss nicht. Ja, okay, hä? Ich... Du hast recht, du hast recht, die Frauen haben das, wenn die wirklich ein Date haben. Aber stimmt, hab ich... Stimmt, ja, die haben dann Bauchkrämpfe und so, alles. Ja, da hast du recht. Ja, genau, genau, genau. Weil es mir öfter passiert, ich hab mich mit Frauen getroffen und so, dann... Pfff, pfff, pfff... Dachte ich mich über die Tiere. Klar. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nein, nein. Jo, ja, bei mir nicht. Äh, ja, Mom. Ja? Du bist schon korrekt, denke ich. Und dieser Oberteil steht dir? Dankeschön. Ich bin auch korrekt. Äh, ja. Du, ich bin Ehrenmann, Wallah. Wallah, wenn man zu mir gut ist, bin ich auch gut. Danke, mein Bruder, danke. Danke an ihn. Also, ich bin ehrlich, Jamur. Im Endeffekt wird Ibu dir was reinballern, irgendwann. Wenn du frech wirst mit dieser... Nachmachen und so. Ibu ist mein Abi, ja? Er hat gesagt, wenn er wieder in Deutschland ist, wird er nach Hannover kommen. Mal. Jamur. Ja. Jetzt 1.55 Uhr. Was denkst du, wann du hier bist, ungefähr? 1.55 Uhr, 2.30 Uhr. 2.30 Uhr denkst du, bist du genau hier? Ja. Okay, dann gehen wir was rauchen und so. Äh, und dann... Aber lass dich erzählen, wo... Kann ich eine Freundin mitnehmen? Welche Freundin willst du denn mitnehmen? Du kennst die nicht auch aus Hannover? Ja, wie alt du? Und die ist 25. Okay, und denkst du, sie steht auf mich? Können wir ja mal versuchen, ne? Damit die Leute nicht falsch denken, weißt du? Oha, Junge, du kommst mit dem falsch denken. Eip ist das. Allein, dass du auf diese Gedanken kommst. Eip ist das. Ja, ich... Nein, ich denke nicht so. Aber du weißt doch, wie die Menschen sind, gell? Junge, was sollen die Menschen denken? Wallah, du bist 32. Wallah, nicht schlimm. Loredana, ihr Freund ist auch, äh, 12 Jahre Hünge. Jeder der Rosen schickt bloß es weg, Leute. Alex, Z plus weg. E, Tina plus weg. Leute, 22 Rosen, ja. 23? Oder kannst du nicht die Zeilen sehen? Ich hab eine Rose bekommen. Ach so. Ich war in der Schule, da warst du... Okay, wie alt war ich, wo du Schule warst? Wie alt bist du denn? Ich bin 23. Du warst also 10 Jahre? Aber ich wurde früh angemeldet. Ich wurde früh angemeldet, weil ich schlau war. Ich musste Kindergarten gar nicht. Direkt in der erste Klasse übersprungen. Also... Die Schule! Hä? Du warst doch gar nicht in Deutschland, oder nicht? Ich... Ich war gar nicht in Deutschland. Hä, bist du in Deutschland zur Schule gegangen? Junge, ich war hier bis fünf Jahre alt. Dann bin ich dort in Albanien, Junge. Ich bin hier eingebaut. Und da sehe ich aus wie ein Flüchtling. Aber du meintest doch, du bist hierher geflüchtet. Jetzt? Ja, trotzdem bin ich hierher geboren. Ach so, du bist hier geboren und dann zurück in deine Heimat? Ja, genau. Danke. Oh, wer ist das? Toni, danke schön. Toni, vielen Dank. Aber gibst du Essen aus? Oder muss ich? Also, Shisha, so. Damit ich weiß. Ich... 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 Ich gebe aus. Du bist mein... Du bist mein kleiner Teenie-Beuge? Ich schaue. Ich schaue. Es geht auf mich. She... She loves me. She... Ich schaue. Dann darf man es schon merken, dass ich nicht mit Hintergedanken komme. Weil hätte ich gesagt, du gibst aus, dann... Weißt du, beim ersten Date, ein Mann muss immer ausgeben. Leute, lass mal einmal Barello zerfetzen, okay? du bist bist du reich ich bin nicht reich ich bin normal ich bin weder noch arm noch reich egal egal ich habe nach alles aber du bist ein salz drauf geht habe ich schon nicht salz pfeffer frischkäse aber eine sauce hast du nicht drauf das fehlt dir kaiser danke siehst du wenn wir uns remoulade remoulade ist das beste mag ich nicht warum ich mag keine remoulade okay ist du aber gerade unsere was mäßig ja muss aber nicht sein was ist dein lieblings essen döner mit sauce oder ohne kommt man weiß wie ich mein döner esse wenig langfleisch tzatziki also knoblauchsoße schafskäse tomaten gurke scharfe soße das war als zwiebeln mit salat und ohne zwiebeln wenn wir uns treffen mit zwiebeln so richtig ich hatte mal ein date ne unser erstes date ich schwöre ich habe döner gegessen wie ein schwein ist so bei mir ist es so entweder muss er mich so akzeptieren oder gar nicht ich kann nicht so tun schmeckt mir oder lass uns erste date steak essen gehen das passt mir nicht ich mag döner ich essen mit zwiebeln mit welchen hero hat es sein date da in diesem moment kaiser firma diana da jetzt namen sagen oder was ja ja wum mann bin ich wüsstel essen und kommen also auch nicht bislang geduld haben gehen du jetzt nicht Ja, du bist nicht normal, ja. Auf was für ganz Männer stehst du am meisten so, wo du sagst? Südländer. Ja, ich bin Albaner. Was bin ich? Ich stehe auf, also der sollte schon ein paar Jahre älter sein. Ich bin ein paar Jahre älter im Kopf, aber jünger mit Alter. Du bist korrekt, Barolo. Bleib, wie du bist. Ja, ja, sehr korrekt bin ich. Lass uns treffen, dann siehst du die Korrektheit. Du, jetzt nicht bloß. Guck mal. Nein, 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 dann siehst du, wie korrekt ich bin in echt und so. Ich bin viel korrekt in echt. Schau, weißt du, wie du bist. Du bist in echt schüchtern. Denkst du? Ich weiß es. Weil willst du das wissen? An was machst du das fest so? An was machst du... Wir haben gemeinsame Leute, ja? Wir haben gemeinsame Leute und so, die dir irgendwas erzählt haben. Das ist eine Maskera. Aber die meinten, du musst vollkommen... Ich hab nichts Schlechtes gehört. Aber wenn wir uns treffen, bleiben wir die ganze Zeit live? Oder wollen wir uns aufhören, ein bisschen uns entspannen und dann wieder live? So entspannen, so chillen. Damit du ein bisschen mit der flirten kannst und so, ne? Wallah? 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 Ich sag hier nicht Wallah. Aber willst du wirklich mir eine Freundin klären oder machst du Maskera auf mich? Nein, ich wirklich, ich bring dir eine mit. Okay, schick mir mal auf Insta bitte schnell jetzt. Bitte, bitte, bitte. Was denn? Äh, diese Freundin, schick mir diese Freundin auf Insta. Nein, du zeigst sie sonst da. Was? Du zeigst ihr Bild, ich mach das nicht. Bei Gott würde ich niemals im Leben machen, ja? Serhat, machs, danke für Rosen. Jeder der Rosen steht plus in mir. Weiter Rosen, 22 Rosen. Warte mal, hör mal zu. Ja. Ich hab, ich schwöre meine Freundinnen sind alle hübsch. Wallah. Ich hab alle hässige Freundinnen. Okay, trainieren Sie? Ja. Ehrlich? Hä? Du wart heute. Folie, hier, danke. Was gibt's mit der Antenne? Ich will dir ein paar Übungen beibringen. Übungen. Ich bin Personal Trainer. Nee, ich mach, ich mach keinen Sport. Nein, nicht, ja. Ihr. Ach so, ja. Kannst du. Ein paar Übungen. So, so. Limited Edition. Limited Edition Übungen. Wallah. Ha? Limited Edition? Ja. Auf welchem Land kommen Sie? Türken. Türken. Du tschiffst mit Türken, ne? Nein. Das sehr gut. Türken, Kurden. Ähm. Was gibt's noch? Araber. Albahnerin, Albahnerin hab ich auch. Rüfer. Wow. Wo wohnst du denn? Soll ich jetzt meine Adresse liegen? Nein, nein, also wo, welche Stadtteile? Genau. Genau. Hannover City. Von Hannover Stadt. Fünf Minuten. Okay, dann bin ich auch fünf Minuten. Ja, nicht. Sag doch, du wohnst bei mir in der Nähe. Warum kommst du nicht zu mir? Besuch. So, so. Hm. Weißt du, wo ich wohne? Wo denn? Dankeschön. Wo denn? In der Nähe von Luca. Hä? Küss aufs Gische? Ja. Da in der Nähe, ja. Wo? Wow. Aber danke. Ich bin öfter dort. Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Also da wo Christus Kirche ist, ne? Bisschen weiter, ist dieser Hodja, Marcel Kras und so. Da geh ich Moschee und so, immer beten, Freitagsgebet. Ja, da in der Nähe wohne ich. Ja, da in der Nähe wohne ich. Ohne in der Nähe von Fangball. Wo machst du die Hustes? Was schreiben die Leute bei dir? Hä? 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 Ich hab jetzt nicht so etwas geschrieben, das du denkst行? Wow! Wow, yamur. Wow. Okay, yamur! Komm schneller, ja? zwei uhr fünf schön mal ja schick mir deine nummer damit wir davor telefonieren und so guck mal jetzt schreiben alle das was du eben gerade erwähnen wolltest was sind am 28 kommt buche hier ja aber ich stehe ich stehe nicht auf buche ich habe auch nicht gesagt dass sie euch jetzt kennenlernen so freundschaftlich so guter ist mit um das kennenlernen so freundschaftlich so guter ist mit um mich an an wir sind freundschaftlich gut ja aber nicht die da